Mensch, ich werde bekloppt, da ist es! Also, ihr werdet mich für verrückt halten, aber was habe ich jetzt die letzte Zeit nach dem Teil gesucht? Ein Bammelin! Wow, nichts Besonderes! Einfach nur ein Einarade! Aber der erste Einarade, der jetzt für mich zugänglich ist, den ich endlich mal machen kann, damit ich das Teil auch habe. Und deswegen nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, hat der Holger immer gesagt. Aber gut, da ging es eher um was zu trinken. Ich habe gar keinen Raid-Pass mehr. Da gehen wir mal schnell rein, nehmen das Bammelin mit. Denn ich habe bisher nur einen Raid gesehen von dem Teil und das war mitten im Community Day, wo ich überhaupt nicht die Chance hatte, den zu machen. Weil wir ja unterwegs waren für die Vollriegel und sind immer vorbeigekommen. Drei Stück gab es, glaube ich, schon wild. Das erste am ersten Tag, wo das angekündigt wurde, gleich 22 Uhr abends, hat der Xtreme da was gepostet und gesagt, was ist das, ein Schatten, oh mein Gott. Kam keiner ran, war voll am Ende der Stadt und niemand ist da hin, niemand konnte sich das holen. Dann wurde heute was gepostet, dass zwischendurch ein Star gesessen hat, irgendwo beim Stadtwappen, glaube ich. Das habe ich verpasst, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Und letztens in der Nacht, 2 Uhr im Park, saß auch ein Wildes, was man natürlich auch verpasst hat, weil das immer so besondere Zeiten hat. Und mitten in der Nacht um 2 Uhr, okay, wir spielen Pokémon, kein Thema. Deswegen bin ich jetzt so gespannt. Mein erster Barmelin-Raid, das nehme ich jetzt mit. Das sieht nämlich lustig aus und ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Ich fand ja eigentlich die nächsten Generationen nicht so krass, beziehungsweise kenne ich die ja nicht. Aber das, was man immer sieht, was ins Spiel kommt, ist der größte Rotz vom Design her. Aber Barmelin sieht richtig cool aus, finde ich. Und vor allem die Weiterentwicklung, Bojelin, mit diesem, das ist einfach was Besseres und das muss man einfach haben. Und da seht ihr es mit seinem, ah was ist das? Sieht aus wie so ein Käsering. Ein Käsering, den er da einfach um den Hals hat. Wir kloppen einfach mal drauf. Ja, sieht sehr schön aus. Und da ist es schon vorbei. Das kann uns nämlich nichts. Jetzt schrumpft es. Die V, also die WP, weiß ich jetzt leider auch nicht. Ist ja alles neu, keine Ahnung. Wird sowieso schlecht sein, weil mit dem Ding hat man eh kein Glück. Nehme natürlich gleich mal eine gelbe Beere. Servus. Ah, moin. Jo, kannst du ja noch schnell, zack. Und dann nehme ich dich mit. Und dann geht es gleich rein. Außer du bist selber dann am Start. So, gelbe Beere drauf natürlich für die doppelten Bonbons. Da müssen wir nämlich weniger Sonderbonbons reinstopfen. Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich das dann einfach gleich entwickle, weil ich ja eh nicht weiß, was ich mit den ganzen Bonbons machen soll immerzu. Jetzt ist es auch noch ausgebrochen. Ha, da ist es drin im zweiten Ball, ne. Kennt ihr den noch? Der Tobi Gay, ne. Von dem habe ich da das Shiny, ach das Shiny, das Lucky Gengar bekommen. Wollte schon sagen. Neuer Pokedex-Eintrag. Auf dem Friedhof. Ja, wo sonst wühlt sich das rum? Was ist das eigentlich? Ein Frettchen? Ein Dachs? Ein Erdmännchen? Ein irgendwas? Genau, so habe ich auch geguckt. So Wiesel-mäßig halt. Wiesel. Quatsch, Blödsinn. Wiesenior ist ja ein Wiesel und so. So, jetzt habe ich nicht geguckt. Jetzt hauen wir erstmal ein paar Bonbons drauf. Dass es 50 Stück hat. Warum habe ich jetzt 56? Bin ich behindert? Ah, ich habe 50 investiert. Ich habe auf die falsche Zahl geguckt natürlich. Ne, aber wir entwickeln das jetzt einfach mal. Das ist ja genug. Wir haben die IV auch gar nicht gecheckt. Das ist ja nebensächlich. Erstmal entwickeln. Zwei neue Pokedex-Einträge in diesem Video. Hätte man gleich noch ein Glücksei anmachen können. So eine Scheiße. Für zwei Teile. Das hat ja sogar zwei Schwänze. Wow. Wie der Typ aus Mexiko. Habt ihr den schon mal gesehen? Der hat so gegen eine Watt gepüngelt und da war da ein Strahl und da war da ein Strahl. Das muss man erstmal können. War damals bei RTL-Explosiv. Da war ich noch so klein. Dann haben die schon solche Sachen gebracht. Wey. Boje, lieben. So was anderes sind auch die Welt. Und es dreht sich rum und wedelt mit seinen zwei Schwänzen. Das sieht doch richtig nobel aus. Also das ist schon was Besseres. Jetzt bewerten wir es trotzdem mal. Ich kann es mit allen aufnehmen. Verteidigung. 15. Bam. So, der Tobi macht jetzt auch noch den Raid. Da warten wir aber nicht. Sonst geht das Video wieder zu lange. Deswegen sind wir jetzt schon mal raus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Hallo, du weißt, ich lüge ja immer meine Fans an. Deswegen schneiden wir trotzdem nochmal rein, wie viel das dann so hat. 566. Ich weiß nicht, wie viel deins hat. Ne, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe es entwickelt. Das ist gut. Eigentlich habe ich keine Zeit. Eigentlich muss ich ja zum Knocker, aber da gehe ich auch noch mit. Ich werde es ja noch schaffen, denke ich mal. Da gehe ich auch noch mit. Immer noch nicht drin. Ja, das ist gerade mal der zweite Ball. Du hast auch jetzt meinen zweiten Ball. So, siehst du drin. Das ist immer beim zweiten Ball. Siehst du, das ist... Erstes Pokémon gefangen. Wow. Aha, 1200. Und 1400 Staub gab es noch obendrein. So soll es sein. Hey, sieht ja aus wie meins. Ich denke mal, wir werden lassen. Sehr stark. Oh, das ist schon schlecht. Okay, zweiter Satz. Das ist schon Müll. Alles klar. Aber immer mehr. Da hat der Ramses wieder den längeren gezogen. Nein. Gut, das hat man natürlich jetzt nicht hinten reingeschnitten, aber ihr seht es trotzdem. Bis gleich. Ach, bis zum nächsten Mal. Da seht ihr ja gar nicht, was wir jetzt noch machen. Tschüss.